Hallo, mein Name ist Nadine Jasmin, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Kassel und bin die amtierende Miss Photogenic 2017. Also ich habe einen Zwillingsbruder, der ist ja genauso alt wie ich, einen älteren, der ist jetzt 24 und dann habe ich noch zwei kleinere Brüder, die sind 17 und 15. Wo ich klein war, war das schon ziemlich hart. Ich habe dann auch mehr so die Jungs-Sachen gemacht, also ich war Fußballspielen und war im Dreck draußen, also ich hatte dann auch nur männliche Freunde. Mein Name ist Michelle Appel, ich bin 18 Jahre alt geworden letztens und ich komme aus Hostenbach, das liegt bei Wartgassen, dementsprechend habe ich den Titel Miss Saarland. Also ja, das Tattoo war für mich eine Sache, die für mich sehr viel Bedeutung hat, weil das Tattoo ganz einfach für meine Mama steht. Also in dem Sinne kann man sich das eigentlich denken, dass meine Mama so meine Königin ist, meine Miss Germany, meine Miss World. Miss Germany! Halli, hallo, mein Name ist Sarah Lzanowski, ich bin die amtierende Miss NRW. Ich bin 25 Jahre alt und bin derzeit im letzten Studiensemester des Medizinstudiums. Das heißt, ich bin angehende Ärztin. Unabhängig davon, wie es jetzt für mich weitergeht, werde ich auf jeden Fall weiter das Medizinstudium verfolgen und auch abschließen. Wenn alles gut läuft, ist es schon dieses Jahr und wenn ich Miss Germany werden sollte, dann nehme ich mir vielleicht doch noch mal ein Jahr Auszeit. Das kann ich ja noch verschieben und werde dann erst in einem Jahr Ärztin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.